und dann zumal oben so langsam ist es aber auch erst mal das ist weil ich alles viel komplizierter mache als eigentlich nötig und 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 st buch der trich und hier Jetzt ist es mir auch mal durch. Und haben Spaß. Und tadaa. Scheinbar, das ist mir da rein, hä? Oh mein Gott, was ist das? Er ist, sagt, Fisch ist nicht herausfinden. Sein Teleporter wahrscheinlich. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich würde mich nicht wundern. Ne, ich... Nein, könnte ich nicht hochheben. Okay, bleibt mir nichts anderes übrig. Teleporter! Warte, hat er nicht noch irgendwas gesagt, der Sahasrallah, dass wir den benutzen sollen? Ähm... Nothing to do here. Oh, da oben läuft er ganz schön was. Bounce, bounce, hallo, du Hasenfuß, ich muss dir was erzählen, spät Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fasziniert, denn ich mit Hyrule erschaffen, was das bedeutet. Das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die Goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Hitsch. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung, so werde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deinen ursprünglichen Gestalt bewahren zu können. Ja, 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 wow, 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 wow. Ja, okay, du bist ein Meinungsänderer und viel Spaß. Was sitzt du hier, bildest du dir ein, du hast Fuß, könntest mehr ausrechnen als ich. Ich suche die Goldene Macht, was ist mir geworden, ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Herasturm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandern. Es ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Dann lass mich endlich in Ruhe. Tschö, tschö. Ähm, wir haben noch alles da. Könnte aber nichts dergleichen benutzen. Da ist der Unterschied. Ähm, ja, 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 ja. Ich weiß, ganz ehrlich, ich gra- Ach, nein. Ich weiß, ganz ehrlich, ich auch nicht, äh. Ach, mir findet schön heraus. Ne? Jo, ähm. Tja. Dann könnte ich mal runtergehen. Und da ist hier noch die Höhle. Was gibt's denn in der Höhle? Au. Ähm. Jo. Die dunklen Mächter, ha. Diese Schlingel. Bambam. Prozent so Prozent ich bin das hier noch grad so ein Versuch zu analysieren die goldene Macht. Wie kann ich die jetzt so erringen? Jetzt bin ich hier drunter, jetzt bin ich hier drunter. Jetzt kann ich hier lang und das war's. Die Tricks dieser ganzen Sachen muss ich noch herausfinden. Es könnte auch sein, dass ich hier gerade... Oh! Das war's. Ich wollte gerade sagen, hä? Geh ich noch mal zurück. Ah, ja, 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 ja. Jetzt weiß ich doch wieder, wie das war. Wenn ich hier nämlich benutze, dann ist da oben, glaube ich... Ja, genau. Äh, nix eigentlich. Ah, now I have an idea, I guess. Because I am not stupid. Also, ich glaube, ich habe eine Idee. Man merkt vielleicht, dass das hier echt schon was her ist. Letzte Zelda war, äh, Adventures of Link, als ich gespielt hab. Skyward Sword zum Beispiel noch nie angespielt. Deswegen, ähm... bisschen was her. Das letzte Mal seit ich Link to the Past. Ist wirklich in der... weit, weit in der Vergangenheit. Aber, naja. Ah, ist auch tricky. Den kann ich da drunter nicht benutzen. Jetzt hocke ich hier. Gut, ähm... Soviel zu meiner glorreichen Idee. Dann würde ich mal sagen... Das hier ist jetzt echt ein bisschen... Okay. Ich muss also einen Ort suchen, der für beide... Gut... Was? Ich hab doch jetzt gar nichts gedrückt. Hä? So. Also nochmal zurück. Was haben wir denn hier? Hier. Okay. Weiter. Ähm... Die Pedale, wir machen wirklich, zwei, drei, 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 fünf, ne? Sowieso musste ich einsじゃあ. Oh, buh. Okay. Ich stand in den Blumen, deswegen konnte ich nix machen. Oh. Wo komme ich denn mit dem Hasel hin, wo ich mit Link nicht hinkomme? Hier drin kann ich die nicht benutzen. Hä? Einfach noch mal zurückverwandeln. Puh. Das ist irgendwie... Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ich weiß grad echt nicht, weil ich schwachen muss. Na ja. Äh. Bisschen peinlich. Na ja. Ähm. Pum, 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 da, da, da. Boah. Ja 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 ja. Äh. Ooooooh. Das ist interessant. Da kann ich ja hier... Da müsste ich ja da oben drauf kommen. Bada boom, bada bang. Herzteil gefunden. Aber was gibt es noch? Wie komme ich... Oh. Hat sich erledigt. So. Hier mal über diese echt sicher aussehende Brücke. Ungefähr so. Äh. Das hätte ich mir denken können. Halt, das Maße, ich werde hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Aber ich kann das Maße, ich werde doch... Ach nee, Medaillon und Amulett ist wohl was Unterschiedliches. Okay. Ich hab nix gesagt. Und... Was gibt's denn hier? Komm schon. Ich mach die Schwerte stauern. Pam. Triple-Hill doch, komm ich geh. Und, äh, einfach mal in den nächsten Tar-Hempel. Die, 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 wow. Oh, der, oh, oh, oh. Der, der, der Tempel, ähm. Es wird Spaß. Ich schnell noch mal hier, zack. Nein, 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 uah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ähm. Was ist los? Ey, du die Spinne, es ist der Dorf, älteste Sahas, rala. Ein guter Rat von mir, schaust du in den Verliesen, in den Zauerspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Okidoki. Oh. Entschuldigung. Aber ich hab echt nicht gesehen, dass da ein Loch ist. Oh.